Herzlich Willkommen zu meinem ersten Video im neuen Jahr. Heute trade ich mit Broker Fitmax und meinem großen Konto. Mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten und mache zwischen 2 und 5 Trades. Ich suche mir jetzt einen Trade nach meinen Einstiegskriterien. Metatrader 5. Britisch Pfund, Kanadisch Dollar. Sieht gut aus. Hier steige ich ein. Und gleich nochmal. Mal. Beide Trades sind aktuell deutlich im Gewinn. Mal. 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 Januar wird es diese beiden Kurse nicht mehr geben. Dann gibt es nur noch diesen Videokurs. Wer bis 17.01. mein Coaching bucht, erhält diesen Videokurs gratis dazu. Bis zum nächsten Mal. Adios.